Dreht sich die Welt um oder? Na gut, wollen wir mal gucken. Vielleicht nicht gerade die Welt, aber der DAX zumindest mal, der hat seine Richtung scheinbar gedreht. Zumindest mal erste Anzeichen dafür im Chart zu Gesicht gebracht. Punkt 1 ist im 4-Stunden-Chart, da gab es gestern Abend schon sowohl beim Future als auch dann letztlich beim Index eine Umkehrkerze. Ihr seht das hier, einen Shooting Star. Kleiner Körper auf der unteren Ecke, ganz unten noch ein kleiner Pinockel dran, oben aber relativ langer Tail. Das ist eine klassische Umkehrkerze und die deutet an, naja, es könnte durchaus jetzt erst mal nach unten gehen. Für die, die eher nach diesen Verlaufspattern, die ich immer wieder anspreche, gucken, dann sieht man, wir hatten eine starke Abwärtsbewegung. Hier war eine Pause, starke Abwärtsbewegung, hier war eine Pause und hier ging es noch mal so ein bisschen runter und aktuell geht es gerade nach oben. Also starke Bewegung runter, schwache Bewegung nach oben aktuell. Das alleine ist vielleicht noch nicht ausreichend, aber und jetzt gehe ich mal kurz rein hier in den Chart. Wenn wir mal gucken, wie hoch war der Rücksetzer? Also da messen wir vom Startpunkt der Bewegung, also dem höchsten Punkt bis zum tiefsten Punkt. Dann wollen wir ja, dass eine vollwertige Korrektur nicht zu klein, nicht zu groß ist. Ganz typisch ist so 38, 20, 50, 61, 8. Da ist der Kurs hin. Erste Bedingung erfüllt. Zweite Bedingung wäre, das muss korrektiv sein. Also entweder viele Überschneidungen haben, also viele Gegenbewegungen, die sich immer wieder überlappen oder aber irgendwas, was so mehrheitlich dreiwellig aussieht. Also so im Wesentlichen irgendwie so, wie wir das aktuell dort haben. Dann wäre ein Zwischentief durchaus geeignet für ein Short Entry. Und genau das ist das, was wir hier aktuell sehen. Das ist nie ein Beweis, dass das passiert. Aber die Chance, wenn wir vorne was sehr schnelles haben, im Mittelteil etwas, naja, was halt widerwärtig, hätte ich fast gesagt, widerwillig nach oben geht, nicht ganz so schlimm formuliert, nach oben geht, dann ist die Chance, wenn das beendet ist, also das, was ich hier so ein bisschen blau eingetütet habe, hier, wenn das zu Ende ist, dass der Kurs anschließend nochmal nach unten geht. Beim DAX Future wäre das das Tief am 7. Dezember 14.30 Uhr, also heute Nachmittag. Das Zwischentief, was wir da hatten um 14.30 Uhr, das wäre durchaus eines Triggers fähig, mit der Erwartungshaltung, mit der hoffnungsvollen, dass der Kurs zumindest das, was er hier vorne gemacht hat, nochmal macht. Das kann sein, dass das schon dann zu Ende ist. Das muss nicht immer eins zu eins sein, aber es ist sehr häufig eins zu eins, nicht selten sogar darüber hinaus. In dem Fall besser gesagt darunter hinaus. Also insofern, es besteht die Chance, dass es dann noch weiter fällt. Das kann man schlecht an der Stelle sagen, denn das Umkehrsignal hier oder das, was wir hier haben, ist natürlich keine Garantie, dass es jetzt hunderte oder tausende Punkte runter geht. Es ist ein Anzeichen erstmal, dass das, was vorne ist, da hinten runter geht. Ziel wäre so ganz grob, wenn ich hier mal auf die Fallspitze ziele, 16.535 beim Future, DAX Future jetzt aktuell, das Ganze mal gemessen. Also wenn ihr wollt, könnt ihr das ja an eurem eigenen Chart nachempfinden. Könnt ihr das selber mal schauen, wie das aussieht, vielleicht beim CFD oder was auch immer ihr für ein Kontrakt dann handeln wollt. Schub runter, wackelig nach oben, beste Voraussetzung für anschließend noch mal nach unten, wenn dieses Zwischentief hier nach unten getriggert wird. Eigentlich etwas, was ich euch als Trade vorstellen würde, aber im 5 Minuten Chart relativ kurzzeitig. Vielleicht schaffe ich das zeitlich noch. Ansonsten, ihr habt eigentlich alle Werte mehr oder weniger, die ihr braucht. Ein möglicher Stop wäre einfach das Zwischenhoch. Profis wissen, die 78er, damit meine ich nicht die hier. Die bezog sich ja auf die Gesamtrücksetzer-Ecke, sondern auf das, was ungefähr hier ist, sagen wir mal 660 in etwa. Da in der Ecke messt es gerne halt noch mal nach. Also Short-Signal durchaus möglich beim DAX, noch nicht getriggert. Im Moment sind es nur die Anzeichen, was wir brauchen, ist, dass der Markt dann sagt, komm, jetzt machen wir es halt auch. Das fehlt noch, aber das könnte durchaus in den nächsten Minuten oder Stunden dann hier entsprechend passieren. Gucken wir auf den Dow Jones. Ich hatte eben gesagt, umgekehrte Welt. Naja, der Dow Jones geht ja auch runter. Allerdings muss man sagen, dass der Dow Jones in den letzten Tagen halt immer noch so mehr oder weniger hier so eine schwache Abwärtsbewegung macht. Zumindest hat man mal den Eindruck. Streng genommen muss man allerdings sagen, der war sogar noch mal ein bisschen höher. Also eigentlich gilt gar nicht dieser Trendkanal hier. Man sieht schon, da muss man vorne ein bisschen mogeln. Der Punkt war höher und seit diesem höchsten Punkt sind wir ähnlich wie beim DAX relativ zügig unterwegs. Also wenn wir das mal hier schauen, dieser Punkt, das war am 6. Dezember 12 Uhr etwa 36.350. Das ist dieser Punkt, den wir hier haben, 6. Dezember, nicht 12 Uhr. Das ist deshalb 12 Uhr, weil das eine 4-Stunden-Kerze ist. Die geht natürlich bis 16 Uhr. Also das ist dieses hoch. Und da haben wir so ähnlich wie das, was wir beim DAX eben angesprochen haben, ebenfalls Schub runter, wackelig hoch, Schub runter, noch mal Pause und Schub runter. Und wenn man das mal so ganz grob anguckt, dann könnte man durchaus sagen, das ist doch so ein Fünfweller. Und wenn ihr euch jetzt wundert, aber hier hinten, naja, es war hier Nachtphase, dass er hier ein bisschen in die Länge gezogen hat, das Ganze. Damit müsst ihr rechnen. Ich mache es noch mal groß hier. Also das Teilstück, wo man sagt, das ist aber ein bisschen hässlich hier. Ja, das war nachbörslich. Da hat die Börse zugemacht in Amerika. Und hier hat dann Europa irgendwann gesagt, komm, wollen wir mal wieder. Da waren dann die ersten Europäer unterwegs. Und während dieser Phase ist da nicht großartig, was passiert. Im Wesentlichen Spiegelt sich aber diese Bewegung hier wieder. Da sind die Gegenbewegungen, nämlich diese hier und diese, überschneidungsfrei. Sieht also nach starker Richtung aus. Bei der Abwärtsseite finde ich es hier noch nicht ganz so deutlich. Da gefällt mir der DAX besser. Wenn es also darum geht, konkret jetzt hier einen Short zu implementieren, dann gefällt mir der DAX-Future da besser. Der muss noch vielleicht sogar noch mal einmal hochgehen. Und dann könnte man sagen, okay, dann haben wir so eine A, B, C, werden immer noch so halbwegs hier in der Mitte. Und dann wäre später das der Trigger. Im Moment gefällt mir das nicht, denn in dieser Aufwärtsbewegung, da bin ich mir noch nicht so sicher, ob die wirklich schon korrektiv aussieht. Zumindest deutlich weniger als das, was wir beim DAX haben. Der Gedanke ist allerdings da, dass wir durchaus nicht unrealistisch hier auf die Abwärtsseite schielen. Und wenn man genau hinguckt, ist dementsprechend dieses Hoch, jetzt gucken wir mal nach, das Hoch war bei 338, das Hoch war bei 352. Also ist das der höchste Punkt. Damit ist das hier die Umkehrkerze der Shootingstar, in dem Fall auf Tagesbasis und eine Chance für abwärts. In den letzten Wochen hatten wir mehrere solche Gelegenheiten, die nicht alle immer gut gegangen sind. Also das ist ein klares Abwärtssignal. Es ist sogar schon einmal getriggert worden hier auf Tagesebene. Ich muss aber fairerweise dazu sagen, die gehen nicht immer gut. Das haben wir ja nun letztens häufiger mal miterlebt. Statistisch gesehen sind das aber keine schlechten Umkehrsignale. Also insofern, wer mag, wer sagt, Mensch, eigentlich eine Pause, es wäre doch so typisch, jetzt mal eine Pause zu machen. Ja, ein bisschen spricht dagegen der Gedanke, vielleicht ist diese Pause hier. Da haben wir irgendwie nicht so richtig eine Pause und diese Pause hier und dann schließlich geht es noch mal nach oben. Also ich bin mir nicht sicher, dass das hier über lange Zeit fällt. Da weiß ich noch nicht so richtig. Denn beim S&P hatten wir so eine Situation. Der kommt aber nicht aus dem Quark, was die Abwärtsseite angeht. Ihr seht, der ist heute sehr steil auf dem Weg nach oben. Das lässt vermuten, dass jetzt Schichtwechsel, ich habe eben gesagt verkehrte Welt. Dieser Markt war in den letzten Tagen recht schwach, als der DAX super lief. Jetzt sieht es so aus, als ob der DAX und auch der Dow Jones so ein bisschen den Schmack verloren haben, insbesondere aber der DAX. Aber umgekehrt, der S&P wieder kommt. Vielleicht lehnen sich jetzt die Anleger oder die Händler alle wieder auf den amerikanischen Markt. Das ist durchaus denkbar. Wenn ich dieses Teilstück hier hinten betrachte, dann habe ich den Eindruck, das ist eine starke Richtung. Habt ihr eine Idee, was ich bräuchte, um für die Longseite mich wirklich dann auch positionieren zu wollen? Ich bräuchte eine Korrektur. Mittlerer Bereich, messt tiefster Punkt, höchster Punkt, wo auch immer der höchste ist. Wenn ihr seht, dass er runterkommt, messt mal und dann muss das aber korrektiv sein. Wer jetzt also sagt, Mensch, wir sind doch von da oben schon ordentlich runtergelaufen, aber das ist doch zu steil. Da muss doch ein bisschen mehr Pause, irgendwie was in der Richtung sein. Das hat er bisher noch nicht gemacht. Deshalb Vermutung, das ist nur eine Vermutung, aber Vermutung, dass wir hier nochmal einmal hochgehen und danach hoffentlich korrektiv runtergehen. Wenn er das tut, wäre das ein schönes Longsignal. Also DAO und DAX möglicherweise eher auf der Shortseite orientieren. S&P eher auf der Longseite. Auf die Korrektur allerdings da noch warten. So würde ich es zumindest mal machen. Das ist bei uns auf unserer To-Do-Liste zumindest ein ganz wichtiger Punkt. Gleiches gilt für Nasdaq ebenfalls. Man sieht hier so richtig, Power nach unten ist hier nie aufgekommen. Also das ist das, weshalb ich sage, vielleicht ist der DAX auch eher nur kurzzeitig mal auf dem Weg nach unten. Der DAX möglicherweise auch. Also nicht übertreiben mit den Zielen. Da muss der Kurs noch nicht gleich Kilometer runtergehen. Es kann sein, dass es so ähnlich jetzt dann auch beim DAX und DAO kommt. Aber ihr seht, das Umkehrsignal und erst mal für ein paar Tage ging es hier nach abwärts. Das ist so vielleicht die Erwartungshaltung, die man jetzt bei DAX und DAO auf der Abwärtsseite hat. Und hier möglicherweise, so sieht es zumindest mal aus, eher auf der Longseite. So, damit haben wir die Orientierung festgelegt. So halbwegs konkret zumindest schon mal den einen oder anderen Trade definiert. Beim DAX ja schon ziemlich konkret. Beim Dow Jones und S&P einigermaßen. Und beim Nasdaq, der ist ein bisschen, also der, den ich am wenigsten jetzt attraktiv finde von dem konkreten Verlaufsmuster. Denn der Anstieg ist ähnlich wie beim S&P. Allerdings hatte er vorher hier schon sein Tief und deshalb bin ich mir da immer nicht ganz sicher. Trotz alledem die Ausrichtung zumindest den letzten Arm bezogen erst mal nach oben. Allerdings, das muss man fairerweise sagen, so richtig toll ist so ein Anstieg auch erst mal noch nicht. Also Nasdaq vielleicht als Quintessenz am ehesten die Füße doch noch mal still halten. In diesem Sinne hoffe ich, dass ihr zumindest bei DAX und DAO vielleicht die eine oder andere Situation schick findet. Mindestens zum Nachempfinden. Ihr müsst es ja nicht handeln, aber zumindest als Filter vielleicht für eure eigenen Handelsentscheidungen. Euch alles Gute, ganz liebe Grüße.